Herzlich Willkommen zurück, meine Damen und Herren ausgabe von Let's Play WWE 2K17 Meine Karriere gegen Shinsuke Nakamura, der aktuelle NXT-Champ, dürfen wir ein Match bestreiten als Team Jamu, wir müssen hier aus dem Pin rauskommen, wird das überhaupt... Okay, alles, alles, alles cool, alles cool, alles cool So, ähm, ihr wisst mittlerweile, was das stöne Ding ist, wir wurden aus dem Titel-Picture gescrewt, weil das Spiel meint der Fuck you Orlando, fuck you meinte das Spiel und er fängt nicht, okay, dafür müssen wir uns hier mit dem Kinshasa rumkugeln Aber so nicht, mein Freund So, das einmal aufstehen und jetzt mach ich mal hier meinen Habe ich nicht auch Move-Deep als Fähigkeit? Ich vergesse immer, wir schon als Fähigkeit Geil, wir können mal Kinshasa machen, Leute, habt ihr mal Bock auf den Kinshasa? Habt ihr mal Bock auf den Kinshasa? Den auf den Bomber, yeah! Ähm, wir stehen vor dem Gegner am Boden und der Körper, dann machen wir das gleich noch Das wäre doch fantastisch pyp-typ-typ-typ-typ-typ-t-typ-typ-typ-typ-typ-typ Du kannst mal aufstehen Oh noeee and really... Tolles show! Tolles show von Rocket Beans Mit Lars Erik Paulsen Übrigens Der gute Lars Kennt ihr Lars von Rocket Beans ? Aus welchem Grund auch immer Hat ihr diesen Kanal hier abonniert? Weiß nicht warum Ich glaube nicht, dass er wrestling Fan ist aber schade hat er einfach bloß in seiner in seinen... Man kann ja nachgucken, wer ihn abonniert hat, wenn man das öffentlich gemacht hat. Und dann kann man sortieren nach Abonnenten und so. Ist er wahrscheinlich in seine Top 5 durchgegangen. Hat mich da irgendwo gefunden. Und hat einfach abonniert. Find's ja lustig. Aber lass, wenn du das hörst. Bist du, der Dude. So. Pam. Pam, pam. Pam, pam. So, wie bekommt man günstig WWE? WWE, um sich Spiele für meine Stimme. Ich bin ein bisschen... Für deswegen. Ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. So, Dropkick. Wieso auch nicht? Oh, jetzt passen wir auf hier. Jetzt probieren wir nochmal die... Ensignature Move von 2.3. So, oh mein Gott. So, der Kinshasa ist gefährlich. Er hat damit Samoa Johnny Kiefer ausgerenkt. Ja, passiert, ne? Wirklich oder K-Fest? You never know these days. You never know. So, jetzt passen wir auf hier. Äh. R1? Warte mal, ich war nicht. Mann, Special Moves. Äh. Kinshasa am Boden und der Körper. Aha. So, und wie war es? L1 gedrückt haben. I see. Alright. L1. L1. Da war's. Oh, Mann. Bleib liegen. Warte. Na. Der ist doch scheiße. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh, nein. Oh, nein. Leute, was ist da los? Was ist da los? Oh, nein, bin ich schlecht. Oh, der war ja ziemlich knapp. Echt natürlich spannend gemacht mit Absicht? Klar, wieso auch nicht? Oh, oh. Fuck. Ging her. So, du sollst dich jetzt hinlegen. So, wunderbar, wunderbar, Spanish Fly, L1, Finisher. Nein, das hätte ich schon wieder. Wieso? So, nochmal. So, jetzt aber. Nein. Das ist höchentlich im Kün. Boah, Mann, die Leute sind voll gegen Kinshasa. Seid ihr bereit, Freunde? Kinshasa! Jetzt, guck mal. Aber wir sind so früh. Ey, ihr habt ein Problem, Guys. Ich glaube nicht, das Spiel ist vorbei. Das ist doch scheiße. Ja gut, gegen NXT Champions verlieren. Kann man mal machen. Ja gut, ich habe das. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Da-da. Jau. Ach, Mann. Hier ist dein Winner, Shinke Nakamura. So ungefähr. Jau. Jau. Wie spricht man das aus? Mit komischem Schirm, mit Schirm, mit Schirm ausgesprochen. Ich sage aber, jao. Es ist keine Schande gegen den King of Strong's Day zu verlieren. Finde ich auch. Gibt es Schlimmeres. Oh Mann, ey. Jao. 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 Alles Mistig. So, ja, guck mal hier. Big Cass, da sind wir vielleicht noch unterwegs. Guck mal, das machen wir noch eben, die Promo. Da wird er uns vielleicht ja rausholen. Und dann dürfen wir röntgen schnacken mit ihm. Ja, röntgen schnacken, ne? Mit schnackern, mit schnackern. Wisst ihr, was mit schnackern sind? Kann sein, dass er nur ein Wort im Norden ist? Die mit schnackern, die mit schnackern. Hier kommen die mit schnackern. Lied von Fettes Brot. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach, nee, ist der Fall schon. Ich liebe die WWE. Ach, guck mal, ich kann jederzeit eingreifen. Das ist natürlich auch neu. Ich liebe die WWE, ich liebe das WWE, aber es gibt Tage, da geht es mir manchmal unter die Haut. Und genau das ist heute Abend der Fall, weshalb ich auch hier draußen bin. Ich muss mir etwas von der Serie reden und ich werde damit keine weitere Minute warten. Ja, wieder und wieder einen Chance beantragt, angefragt und erbeten. Das hat dafür nur gesorgt, dass mein Frust darüber, ignoriert zu werden, weitergewachsen ist. Ich lasse mich nicht mehr länger an den Rand der Unbekanntheit schubsen. Schubsen, 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 wo hast du mich geschubst? Die Fans sind radiated up. Du bist ein Schlampe, ich bin ein Mann, ein Mensch. WWE-Universum hat mehr verdient als immer nur. Ach, fick dich ab genug. Fick dich. Yes, what? Ich bin anscheinend... Ah, die Crowd ist respektlos. Wie ist denn... Wenn die Crowd respektlos ist, dann... Muss ich den Herrenkollegen Cass wunderbar machen? Oder was mach ich dann? Muss ich dann die Crowd runter machen? Hört sich für mich vernünftig an. Spare euch... Äh, Deutsche Katze, da... Ach, guck mal, habt ihr... Ja, da hat die Mikrofonfähigkeit. Das ist ja fantastisch. Spare euch sedentrale. Äh... Du, ich bin wichtiger als du... Das hier. Durchschnittlich. Boah, ich weiß, du meinst, du müsstest noch mit jemandem unglaublich wichtigen sprechen, aber eines kann ich dir versichern, es gibt in der WWE niemanden, der wichtiger wäre als ich. Richtig guter Face-Promo. Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Nicht hier zu draußen zu sehen. Wir hatten letzte Zeit unsere Probleme. Ich bin sicher, dass das WWE-Universum nur als zu gerne bei C-Share, wenn wir sie angehen. Ich tue nämlich nichts lieber, als das von den WWE-Fans aufzutreten. Und ich schaue mir sicher gerne zu, wenn ich die Nachschritte. So. Du bist ein verdammter Speichellecker. Was ist denn ein Speichellecker? Was ist denn ein Speichellecker? SP zu viel oder was am Anfang? Ach, ist doch scheiße, ich lese mir doch nicht durch. Ist doch alles Mist. So, willst du weiter zu Hause sagen? Ja. Machen wir uns an diesen Kampf. Klar, warum nicht? Ach, scheiß drauf. Anscheinend gibt es nicht so oder so die Promo. Guck mal, ich bin voll gut. So, Mikrofonfähigkeit. R2, probieren wir es mal. Stare down. Das haben wir noch nie gehabt. Krasse Sache. Get down. Ich habe gewonnen. Sieg. Kaffee erhalten. Sprachlos. Gut. Mein erster Promo-Duell-Sieg. Meine Premiere. Folge 45 oder was auch immer wir jetzt haben. Vielleicht ist es hier auch runtergegangen. Ist ja auch egal. Geht zertig. Finde ich auf. Finde ich auf. Das ist die Frage, meinst du noch ein Match oder? Ja, gucken wir mal, gegen wen unser Match jetzt wäre. Ich meine, es ist unser letztes Match vor Takeover. Das ist ja eh, weil das jetzt so alles scheiße ist. So alles Mist. So alles madig. Franz, spielst du Clash Royale? Nein. Ich spiele nur 2K17 und an mir selbst rum. Aber ansonsten keine weiteren Games. Nee, CS Coolspiel ein bisschen. Aber auch eher schlecht als recht. So, Main Event. Zur Rede stellen. Geil. Da freuen wir uns ja alle, dass ich nochmal eine Promo halten darf. Und gegen Baron Corbin. Hey, fantastisch. Gut, dann machen wir. Ich versuche mal so schnell wie möglich, hier durchzurushen. Bis gleich. So, Bitches. Promo. Auf geht's. Ich beeile mich. Familienfreundlich. Okay. Den schönen Arsch kriechen. Zugehört, ihr Bauern. Muss für mich kämpfen. Halt dein Maul. Das war eine Superwahl. Das kann man zwar in den USA nicht sagen, aber... Bla, bla, bla. Ja, fantastisch. Wieso auch nicht? Das ist eine Menge. Du hast eine Menge Müll geredet. In diesem Clown wächst alles über den Kopf. Ich sehe rot. Wortwörtlich, weil oben links rot ist. Deswegen habe ich es genommen. Dann natürlich auch noch... Oh, der Herr Kollege. Mhm, wer hat das gedacht? Und es ist nur ein Wort, um dich zu beschreiben. So, ich habe keine Angst. Ich habe gerade nicht gelesen. Das muss endlich aufhören. Du kannst das Maul aufreißen. So viel du willst, Ficker. So, schlechte Wahl. Alright. Bla, 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 bla. Ein Tanzduell? So. Ein Tanzduell. Oh, Spinsen. Hier, E2 wieder. Stare Down. Hier, komm. Das hat der Abil jetzt auch gut funktioniert. Garantiert der Sieg. Bitches. So. Okay, das war ein bisschen lame, aber egal. Egal, die Fede ist ja so oder so irrelevant. So, Product Placement hast getrunken. Ich glaube auch. So, machen wir schnell das Match gegen Baron Corbin. Und dann sind wir auch schon wieder fertig für heute, Leute. Ah, Leute. So. Versuchen wir so schnell wie möglich fertig zu machen. Das heißt... Was ist die beste Taktik, um einen so schnell wie möglich fertig zu machen? Ihn mental fertig machen. Ihn einreden, wie scheiße er ist. Und davon überzeugen, dass er nichts ist. Count off. Ja gut, das ist ja lame. Das ist ja lame. Ne, ich meinte schon wie er pinnen. Ich meinte schon wie er pinnen, Leute. Was geht ab? So, pass auf. Here we go. Direct weapon in die Ecke. So, dann darf ich einmal... Wow! Victory Roll fertig auf leicht stellen. Ja gut, dann müsst ihr jetzt wieder rausgehen. Und die Dagezeiten sind dreimal so lange wie das Match, was ich jetzt gleich haben werde. Gefühlt. Gefühlt, wa? Baron Corbin ist Franz der Lieblingsdresser. Ja, das könnt ihr gerne als Zitat nutzen. Und jederzeit schreiben, sobald ich über Baron Corbin rede. Baron Corbin rede. Baron Corbin ist mein absoluter Lieblingswrestler. Seriously. Ganz ehrlich. Baron Corbin, ey. Ja, ich finde ihn fantastisch. Gut. Genau, was hat Flo noch gesagt in der Survivor Series Preview? Es hat bei der Survivor Series nur in einem Kick-Off das Match Ziggler gegen Baron Corbin gefehlt. Aber das haben wir ja noch nie gesehen. Ey. Wo war denn eigentlich Ziggler? Hat er irgendwas gemacht bei der Survivor Series? Ne, oder? Ich meine, er hätte ja sonst ein Match gehabt gegen Samme. Samme Sane. Aber er hat ja leider ausgefallen. Weil wegen darum. Vielleicht hat er zwar, äh, Mr. Ziggler einen Termin. Äh, beim Amt oder so. Ich meine, wenn er in so einer Stadt lebt, so wie in Berlin, dann kriegst du natürlich nie einen Termin. Vielleicht muss er, so wie ich mich... Nee, okay, sag ich nicht. Das ist ein Schiffleer-Problem. Äh, sag ich mal da irgendwo hin. Wie wichtig ist. Ba-ba-ba-da-da. Da-da-da. Lass dich doch mal kicken, komm. Wieso hat er jetzt schon wieder fast... Machen wir ja schon wieder so viel Momentum? Was ist da los, guys? Was ist da los? So, running-Aktion. Corbin Suchts. Ja, Auto-Correct 2 für den Win. Auf jetzt. Puh. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Pass mal auf, wenn ich jetzt die Krasses mache. Ha, fast getroffen. Das wäre aber auch so schön gewesen. Geht das? Geht das vom Timing irgendwie? Doch, das geht bestimmt irgendwie vom Timing, ja. Da muss ich aber schon relativ nah an den Seilen sein und ihn halt zu einer anderen Ecke... Äh, wo-ben? Äh, zur anderen Seite, zur anderen Ringseile. Zur anderen Ringseile-Seite. Ihr wisst, wovon ich rede. Ach. Take Control. Da-da-da-da-da. Das war ja auch noch. Ja, schenk mir ein paar... Schenk mir ein bisschen Momentum. Why not? Why not? Franzi, findest du den Undertaker? Ja, der unternimmt natürlich sehr viel. Ansonsten finde ich es sehr cool. Ist ganz gut, dass er nicht die ganze Zeit da wäre. Ich glaube, sonst würde er relativ schnell langweilig werden. Aber so ab und zu ist er ganz cool für seine kleinen Runs, für seine kurzen Runs. So, jetzt fange ich hier direkt schon an. Jetzt schon in die Seite. Ne, es klappt nicht. Es klappt nicht. Es geht nicht anders am besten. Hat er nicht gesagt. Was habe ich nicht gesagt? Ist halt so, ne? Der Taker, der ist halt was Besonderes. Wenn er jetzt wieder jede Woche dabei wäre, dann würde er auf Dauer langweilig werden, oder nicht? So, ich meine, wenn er so ein, zwei Matches workt, im Jahr reicht doch. Ich meine, mehr braucht man von ihm auch nicht abverlangen. Oder was? Das müssen wir unternehmen. Achso. Ja, war wieder ein guter Joke von mir. Natürlich wieder ein Classic Franz-Hoch-Joke. So, Backstabble. So, wollen wir mal End of Days machen? End of Days? Was heißt End of Days auf Spanisch? Kann mir jetzt jemand in Google-Übersetzer eintragen? End of Days, bitch! So, Baron Corbin. Dreieinhalb Sterne. Ende. Ah! Das! Schade. Was sagst du zu dem Title Run von Goldberg? Welcher Title Run? Damals, wenn er WCW... Oder den er angekündigt hat, wegen Royal Rumble. Naja, bin ja gespannt, was das wird. Die Frage ist natürlich, sollte Goldberg wirklich gewinnen? Und im Prinzip ist es ja fast die gleiche Auslandssituation wie damals mit Batista. Aber damals haben Batista alle abgehandelt, weil halt alle Brian sehen wollen. Aber das Problem ist, Goldberg finden ja die meisten wirklich super. Und ich meine, jetzt hast du halt keinen Brian mehr, ne? Finn de los Dias. Finn de los Dias. Das ist End of Days auf Spanisch. Vielen Dank an Hannes und Trickster. Danke, danke. Alright. Ähm, es geht schon... Ich möchte um Sinn, es tut schon wieder so leise, eh. Für euch ändert sich nichts, ich weiß. Aber für meine Person ist es sehr, sehr wichtig. Dass ich ein wenig Contra habe auf meinen Ohren. Weil sonst rede ich sehr, sehr leise. Ich rede jetzt schon sehr, sehr leise. Ah, ja. Ah, Franz, machst du überhaupt noch Live-Reactions aktuell? Wollen wir mal sehen. Wird es nicht für immer abschreiben. Aber das Problem ist halt, wenn jetzt schon wieder alle zwei Wochen Pay-Per-View kommt. Wer soll das schaffen? Vor allen Dingen, die nächste Großveranstaltung ist ja schon wieder ein Tag nach der GWF-Veranstaltung. Nach zwei GWF-Veranstaltungen. Da werde ich erstens keine Stimme haben. Stimme haben. Zweitens werde ich da zu tun haben. Schneiden. Ah, und drittens ist es Roblox und es interessiert niemanden. Mhm. Irgendwie super mit mir in den Tränen. Wird schon richtig sein. So, jetzt leicht, leicht, jetzt leicht, nur mal langsam. So, hier, pass auf. Oh, jetzt kommt der Tessaka noch. Jetzt kommt der Tessaka noch. Seid ihr bereit? Teamarbeit! Vor Roblox noch TLC. Kommt nicht erst? Ach, kommt erst TLC? Ich dachte, TLC ist immer der letzte Pay-Per-View im Montenjahr. Ja, von daher war ich jetzt auf den Trimma aus, aber hat sich anscheinend auch geändert. Kann ja mal passieren, von meiner Seite aus, ne? Kann ja mal passieren. So, darfst du aufstehen, Freund. Lieber Freund und Herr Kollege. Drei, zwei, eins, Angelada-Klatsch! Sure. Okay. Jetzt reicht es mal, oder? Seid ihr bereit? Das war's! So. Das war's! In der Zittgeist. Zähl bis 100! Sammel die Zähne auf! Und wünscht dir was von der Sanfee? Hm. Ja, dann mach ich jetzt einen Roll-Up, oder was? Was sah mir irgendwie krass nach Widerstand aus? Oder irgendwie sowas in der Art, weil vom Timing her... Auch nicht. Ich bin neu, finde deine Videos geil, hab jetzt den ganzen Abend gesucht, das freu mich natürlich. Mario Fleck. Genauso wie der gute Chaos-PVP, der schreibt, er hat gesehen, wie Martin Guerrero verpugelt wurde bei der GWF. Ja, natürlich fantastisch! Einen Grund mehr, sich an Stoppable anzugucken. Vimeo.com slash on demand slash GWF an Stoppable. Wenn ihr einen Einblick haben wollt. Geht auf den YouTube-Planel, der GWF. Und aus Dress. Haben wir nichts, ne? Mann, Leute, mit dem Schnellgewinn ist nicht so. Easy, ne? Gegen Baron. Der ist ganz schön resistent. Das hier fällt mir überhaupt nicht. Er ist in Trouble jetzt. Du kannst den F*** ab. Was ist er denn für ein Highflyer geworden? Hm. Hm. Machst du die La-Reaction zu WrestleMania 33? Keine Ahnung, ist auch so ewig hin. Leute, ich plane mich mal für den nächsten Tag voraus. Wer soll denn sagen, ob ich Live-Freshes mache zu WrestleMania 33? Franz, planen Sie noch Projekte mit Martin gemeinsam? Problem ist, einer von uns beiden sagt, der andere hat zunehmend geringe Reichweite, dass es sich nicht mehr lohnen würde. Oder so ungefähr. So, ich habe wunderschönen Deep Sixer bekommen. Jetzt muss ich natürlich auch aufpassen, ne? Ist klar. Jetzt ist es natürlich brenzlig. Jetzt lodert das Feuer. Nein. F steht für Freunde. Nee, F steht für Feuer. Das lodert und brennt. U steht für Unfair und Kampf. N steht für nupleares Waffenarsenal. Ganz friedlich und freundschaftlich. Halt, halt, halt. Aber Planton. Das hat doch rein... Gar nichts mit Fun zu tun. Lass mich mal. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich. Haben wir mal Spaß. Ganz friedlich und freundschaftlich. F steht für haltschönen Ruhmen. U steht für ukulele. N steht für naseweiß und ich mach mit bei jedem Scheiß und lache aus tiefster Seele. Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho So, jetzt reicht, komm Cover Jawohl, was ein schönes Match Und was ein schöner Abschluss Wir gucken noch ganz schnell eben Was abgeben würde bei TakeOver Was uns da erwarten würde Dann in der nächsten Episode Natürlich jetzt böse, ne Aber wir bekommen ja so oder so kein Championship Match Da brauchen wir ja gar nicht gucken Von daher ein bisschen schwierig Ach ja, Mann Ein weiterer Monat warten Wenn überhaupt die Fehler vorbeigeht Das ist nochmal eine andere Frage Oder vielleicht willst du ja ein Super Threat Match Das wäre auch okay Ein Super Threat Match Und die NXT Championship wäre eigentlich okay So, NXT TakeOver London Natürlich sehr cool gewesen, hätten wir dort die Championship Mann, ihr fickt euch Ganz ehrlich, ihr seid alle scheiße Alle scheiße seid ihr, alle Also hier im Spiel Oh Mann, jetzt ist doch ein Animal Champion Wie sieht die Karte aus Wir sind aber im Main Event Immerhin Ist doch alles Alles malig Alles malig Gut, das Ganze sehen wir dann Beim nächsten Mal Ist doch scheiße Ist doch scheiße Äh, äh Äh, äh Da braucht man cool Er hat Glück aus Euer Franz Auf und Zockt Bis zum nächsten Mal Haut rein Und Schreibt eure Lehre des Tages In den In die Kommentare Meine ist Habt Fun F-U-N Und so F steht für Freunde Und für Friends Haut rein Und Ciao Ciao Outro Outro